Hallo Leute, hierher zu kommen auf den Kanal Stunogaming und heute spüren wir wieder, wie ihr hier sehen könnt. Ein oder vorderweise 5. Und die neue Frühlingsseason, was weiß ich, hat ja hier in diesem Spiel angefangen. Die will ich natürlich mit euch zocken, denn es gibt hier, wie ihr hier schon sehen könnt, eine neue Dingsbumsgedöns. Ähm, und das ist auch zeitlich die Brennungsgruppe, deswegen würde ich das jetzt auch hier machen. Wir fahren natürlich erstmal mit meinem Lamm, wo wir fahren, denke ich mal, irgendwann später gleich mit anderen Dingen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar das zweitbeste Auto, warte ich glaube. So, fast 300 gefahren halt, oder? Ja, stellt euch mal vor, ihr fahrt so schnell, in echt, Alter. Da sei euer Führerschein entweder los, oder ihr seid sogar einfach tot, wenn sie gestorben sind. Ich weiß nicht, was ich meine, weil ihr zu schnell fahrt. Also so, jetzt 300 Kamali zu fahren, willst du das überleben, Alter? Also du kannst überleben, aber jetzt ist das eigentlich meine... Ich weiß nicht, wenn man so fährt wie eh ist, ich glaube, das geht nicht gut. So... In 400 Metern, links abbiegen. Zack. Links abbiegen. Kennen die diesen einen YouTuber? Also dieser Ghost Rider? Ich weiß nicht, ob der den macht, ich glaube aber schon. Ja, definitiv, ja. Kennt ihr den? Der macht ja auch immer so Videos, wo er von der Polizei-Abbauern dran hat und gar magelhöht wird. Ja, das werde ich sagen. Das war jetzt das, was ich sagen. In 400 Metern, rechts abbiegen. NichtsIC Nein, ganz toll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, das bricht so schnell aus für den Ding Nein Ey, das ist echt kacke Also Das Event mag ich jetzt schon nicht mehr Ey, das ist doch ein schlechter Scherz Ey, du brauchst mich nicht Ey Weiter So Man, das bricht sofort aus, wenn man direkt Das ist zum Heulen Das Ding, Alter Sorry, Leute, musste sein Nein Junge, ernsthaft jetzt Es kann nicht mal ein Kammer um die Kurve fahren Nein, ich fahr nicht Nein, ich fahr nicht Wenn die da um die Kurve kommen und ich nicht Oder es kann doch nicht sein, dass dieses Ding so schnell ist Um nicht um die Kurve zu kommen Ey So, ich werd jetzt richtig langsam Ja, zum Thema richtig langsam, Alter Da bitt man noch 100 kmh schnell Und das Ding bricht aus Jetzt So Jetzt Aber dieses Auto ist zum Heulen Und jetzt Ah, schön, die letzte Weil dieses Ding so zum Heulen ist Zum Fahren Auf auszubrechen Okay, 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 okay Nein Bin ich neunter von fünften Platz, Alter Nein, ich lass mich nicht überholen jetzt, Alter Angst zu vergessen, Spiel Nur weil ich so ein Kack-Auto habe, Alter Ich meine, mein Auto ist nicht schlecht, das Auto Das Ding kann jetzt bei 100 fahren, aber Okay, jetzt immer wenn ich in die Kurve fahren muss, ich renne Und nicht mich überholen lassen Er hat so ein Thema mich überholen lassen Komm, wir kommen, ich muss den Mist Oh Ey, wenn's diese Zurückspul-Dings nicht geben würde Nein Nein Ey, das ist so zum Heulen dieses Kölge-Pretzding Jetzt hör auf zu hängen, Spiel Ey, dass das immer in Aufnahmen passieren muss Okay, Leute Ich bin wieder da Es könnte sein, dass es jetzt wieder hängt Ich weiß nicht, ob es so scheiße geworden ist Wie immer Ja, komm, häng 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 doch weiter, du blödes Dreck-Ding Häng doch hier Jetzt ist es wichtig, erstmal scheiße Wär das nicht wieder zu tun Wunder, ich kann nur zwei Wunder fangen, aber Und rumlegen, das kann ja nicht Nein, du blöder Porsche, Alter. Bleib doch mal dahinten, du blödes Dreckstin. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Danke. Boah. Ja, schön, dass ich neunter wurde. Danke. Das ist echt ein Kack-Event. Bitte habe ich das Auto jetzt nicht mehr. Ich will dieses Auto absolut nicht... Natürlich habe ich es. Ich will dieses Auto nicht fahren. Einfach ein anderes Auto, außer dieses Dreckstin. Nein, bitte gib mir ein anderes Auto, bitte. Auto wechseln, danke. Welches nehme ich? Ich nehme natürlich wieder den Gatt hier, Alter. Hier. Einsteigen. Ja, möchte ich. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Sokal vorbei, der es unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Blogger-Mail, gerne wenn ihr nicht mehr verpasst. Hab einen Topf, macht den Spaß. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Euer Sandow. 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 Vielen Dank.